so willkommen zum mutakola masters dem fünften aw bbl turnier spieltag zwei in der gruppe wark steiner meine kenzer city schiefs nörgel gegen liman x ross seine chosen die mutakola slurpers genauso hießen sie heißen er hat einen wanderspieler und ich fang an 100 oh mein gott da kann der sich ein euro kaufen oder bestechungsgeld ich bin ganz gespannt niemand nix rosses neu bei uns in der alten weltliga noch nie habe ich gegen ihn gespielt praktisch eine premiere ein bestechungsgeld okay ja und er hat den cointos gewonnen so so ja einmal klaue an seinem ball träger interessant das war dann schon ein zusätzlicher wahrscheinlich ein random skill von den mutationen ich habe auch einmal geskillt ein lineman hat jetzt klammer schwanz können noch gespannt sein was noch so für lustige mutationen bei dem einen oder anderen spieler der team so zu vorschein treten ok es ist die frage wo landet der ball direkt ein zug weniger ja so 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 das große ding Okay. Ja, dafür hat man den Ball aufheben, das gilt. Klappt mir alles zu gut hier. Und direkt das erste Foul. Oh nein. Was? Und keine Resurrection. Verdammt, verdammt. Herber Verlust zu Beginn des Spiels. Tja, tja, tja. Was will man machen? Tja, tja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war nicht schlecht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, okay Nothing good comes from spending any time on the ground in this game They've got the advantage Okay, 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 yeah, 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 yeah Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, der Hoga macht nicht mit. Das ist schon mal gut. Das ist ganz schön weit. Ich würde das nicht touchen. Immerhin. Oh, der fehlt jetzt. Immerhin kommt er wieder. Nicht so wie das Biest. Und unangenehm, unangenehm. Immerhin. Genau. Immerhin. Ich würde das nicht nur, wie das Biest. Immerhin. 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 Dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, mal gucken. Vielen Dank. Drei Züge überleben. Dann kriege ich den Wall. Das wäre schon mal ganz gut. Wenn ich mich daran hindern könnte, einen Touchdown zu machen. Nein, der spielt nicht mit. Das spielt mir in die Karten. Uiuiuiui. 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 Okay. Dann könnte er 1, 2, 3... Oh, bis da rüber war, bis in der Mitte kämen. Dann wird bestimmt nicht da bleiben wollen. Ja, sogar ziemlich genau bis zur Mitte. Okay. Okay. Kann natürlich schnell links rüber kommen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Cool wäre den zu surfen hier eigentlich. Aber sollte das wirklich mein Hauptaugenmerk sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. nicht da. Aber ist es nicht so schön. Und jetzt wird das ... Das Team muss gleich Worms oder so. Wenn Dagger hat ein Assist. Dann push them back. Persönlich. Hide them. Deck them. Oh, Bradox da. Moin. Grüß dich. Jupps. Gegen Lehmann. Das erste Mal übrigens. Der macht's mir nicht leicht. Da hast du recht. Da hast du recht. ach ja 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 das war klar könnte ja überleben wir schön ja immerhin nur stand oh mann oh mann zwei züge muss ich noch durchhalten er wird nach vorne stürmen so 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 Der Spike-Magazin-Trophy war in Hellfire, deep beneath den blighten Zigguraten, ein Tsar in der Runde, und seine Schläge sterben, um es zu kreieren. Aber dann war es der lowest Bid. Okay, erkennt euch schon länger. Ja, könnt vielleicht ein paar Tipps gebrauchen. Ist auf jeden Fall nicht so leicht. Komm einfach die ganze Zeit nicht an den Ball ran. Und Turn 1 direkt meinen Nörgel-Biest raus. Es kommt auch nicht mehr wieder. Okay. Müsste jetzt eigentlich vorgehen, wird er tun. 1, 2, 3, 4, 5. Nur bis da. Das ging. Oh Mann, 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 schon wieder. Aber es war nur der Leinmann. Alles gut. Ach, das Blöde ist, ich kriege keinen guten Block. Das wird von einem 3er, oder? Ah, das sind nur Rote. Drumherum schaffe ich nicht. Und wenn ich ihn dabei hole, bringt das auch nicht viel mehr. Ja, da muss ich aufs Beste hoffen. Das bringt alles nichts. Das bringt auch nicht viel. Das ist immer ein K-Block. Ja, besser wird es eh nicht, glaube ich, oder? Ich nehme nur den davor, dann blockt er mich danach einfach weg und läuft rein. Ich muss das schon probieren. Ach, ich wünschte, ich könnte drumherum mit einmal Eile noch attackieren, aber das klappt nur, wenn ich einen ganz wilden Weg gehe und riskiere, hier vielleicht ein Ausweichen reinzubringen. Ja, das sind aber dann drei Würfel, anstatt einmal zweimal zwei zu würfeln und er sucht sich einen aus. Wollen wir mal auf keine Skulls hoffen und keine Bowdowns, sondern am allerbesten Pau. Ja, eigentlich reicht das nicht. Aber jetzt einen Re-Roll machen, dass wir auch blöd sind. Gehen wir hinterher noch einen Bowstone. Ah, das würde ich aber gar nicht nehmen, natürlich. Da habe ich ein bisschen falsch gedacht. Vielleicht hätte ich doch nochmal würfeln sollen. Naja, gut, jetzt kann ich wenigstens noch ein Feld hochschubsen. Bringt nur nicht viel. Und die Zeit rennt weg, ne? Ah, jetzt wäre ich natürlich gerne noch gedodged. So, jetzt muss ich bei ihm auch schlechte Würfel aufnehmen. Allerdings, der kommt ja nicht drumherum rein. Der müsste... Drei... Moin, Jasper. Was ist... Direkt auf die Zunge beißen, hat dir irgendwas nicht gefallen von meinem wilden Aktion? Aber es hat funktioniert. Ich bin begeistert. Ich habe es echt geschafft, ihn am Touchdown zu hindern. Mehr wollte ich doch diesen Drive gar nicht. Ich bin begeistert. Er ist auf dem Boden. Er ist auf dem Boden. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. das drum rumlaufen okay habe ich auch überlegt wenn er ich hätte auch drum rumlaufen können mit einer eile mit einmal ausweichen und attacken gehen das hätte ich auch aber echt ein würfelblock gekriegt und ich habe das einfach mal kalkuliert schlimmstenfalls hätte ich noch mal rewollen können wenn mir was nicht gepasst hätte ja und weiß ich nicht es ist die varianten beides bow down hätte gereicht schubsen oder pau das einzige was halt echt böse gewesen wäre doppelst geil und da habe ich sein netz mal drauf angelegt war aber natürlich sehr 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 riskant eigentlich habe ich auch nicht gedacht dass das klappt aber mein nörgelbeast fehlt mir halt ne man mann ich bin ein leichter player not a significant difference kann impact the game Sehr zentral und kompakt. Sehr zentral und kompakt. Sehr zentral und kompakt. Na ja. Sehr zentral. Sehr zentral und kompakt. In a thunderstorm. Sehr zentral. The team have possession. Get up! 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 Ja, das könnte interessant sein. Da habe ich noch mal Glück gehabt, damit wir mit der Klaue ganz böse enden können. Der Klaue hat eine Angelegenheit. Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, die Zeit schon wieder. Ja, da musste ich einfach zu viel nachdenken hier. Da macht es mir einfach ein bisschen zu schwer. Und jetzt habe ich mich auf die Seite geschlagen. Ja, einfach machen ist immer dann oft mache ich dann blöde Sachen. Ja, ich denke auch, der hat das selbe Problem. Also in der ersten Halbzeit habe ich sie mir auch nicht leicht gemacht. Mir fehlt einfach ein bisschen mein Nurgle-Biest. Da könnte ich so viel seine Spieler mitbinden. Wo das eigentlich nicht das Problem ist, wir stehen uns einfach so auf einer Linie gegenüber und schubsen uns hin und her. Und ab und zu kriegen wir mal ein Pau. Mann, 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 ein bisschen zäh das Spiel. Okay. Vielen Dank. Okay, das ist unangenehm. Schon wieder die Klaue. Oh, oh, oh. Noch mal Glück gehabt. Ja, die Seite bringt nicht mehr viel. Ja, das wäre jetzt ganz ärgerlich gewesen. Hey, Jim. How many halflings does it take to change a candle in a lantern? Well, they're very short, so maybe quite a few? My experience, it takes six. One to change the candle, and five for me to eat. Well, they're very short. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schade. Vielen Dank. Das geht gleich noch nach hinten los. Okay. Ja, für ein Reroll, ehrlich? Okay. Kann man machen. Hmm. 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 Kommt er bis zum Ballträger? Ja, echt? Ja, echt? Mal mit Eiler. Okay. Okay. Das ist füß. 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 Schade. Das ist füß. Das ist füß. Schade. Das ist füß. Das ist füß. Auch Mann. Dann sei es so. Jetzt, das war auch unnötig. Ich habe überlegt, wegzudodgen. Das wäre aber auch nur ein plus vier. Ich hätte dann jetzt eigentlich lieber noch zum Ballträger hochgezogen. immer wenn es in diesem spiel so einen moment lang schön wird kommt sofort wieder was was nicht so schön ist ist der auch noch frei soll ich da zwei dran stehen ja die linemen die sind kacke ich mich traurig ich bin ein bisschen erkältet das bin ich ach man jetzt muss ich echt mal ein bisschen überlegen kann denn da nicht auch mal was brechen ich bin ein bisschen soll einfach nicht sein ach komm schon dann Jetzt kann er sein, dass er freilig ist. Ich habe mich nicht getraut. Mann, Mann, Mann. Anstrengendes Spiel. Meine Güte. Der macht es mir nicht leicht. Guter Coach, der Lehmann. Lehmann X-Luz. Er macht das echt gut. Die Würfel habe ich schon zu spüren gekriegt. Direkt im ersten Turn. Da ging auch direkt schon mal ein Nörgel-Biest raus. Das fehlt mir seit dem ersten Turn. Also es wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders zu gestalten gewesen. Ach, schade. Komm, der hätte mir jetzt nochmal in die Hände fallen können. Einfach mal so. Undoßball ist ein gefährliches Ball. Der Spieler braucht sich zu schützen und schnell. Es wird nicht unbedingt besser mit dem Ball, wo der jetzt liegt. Er war wenigstens so mutig, hat sich getraut. Ich hab da lang gezögert eben. Aber die Zeit weg. Okay, wenn ich da durchkäme, kann mich aber nicht. Verdammte Axt, verdammte Axt. Wie mach ich das? Okay, jetzt habe ich eine Idee. Immer nur einer Blocks. Ich hasse es. Immer wieder nur einer Blocks. Ja, muss ich riskieren. Und dann kommt so ein Scheiß, war doch klar. Das war doch wieder klar. Ach, ich hab bei einer Blocks nicht wirklich Glück. Nie. Da kommt dann immer so ein dummer Skull oder Bowstown, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Der war jetzt... Ach, der war ärgerlich. Nein, 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 nein. Das war ja nicht so. Aber da gefällt mir der Ball besser. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass etwas sinnvolles für alle unsere Kabal-Vision-Viehwern. All I can think of is... Splash! A good coach always uses the right player for the right job. Ich dachte es mir schon. Ich habe nur darauf gewartet, dass es... wieder kommt. Bei den Leinmannen geht immer einer kaputt, wenn einer einen kriegt. Der andere liegt auch noch. Okay, einen habe ich noch. Ach, warum muss das denn jetzt klappen, sowas? Ah, ey, hältst du es nicht aus? Und... Ach, und nicht mal... Ach, ey, mein Gott. Ah, ey. Na, sicher. Ja. Ja. Ach, Mann, 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 Mann. Das waren jetzt so viele Spieler, die raus sind. Das sieht übel aus. Wenn er jetzt keine Attacke auf ihn kriegt, dann rennt er einfach runter. Mann, 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 ey, was war denn das auch eben? So etwas wie Skals kennt er nämlich, glaube ich, nicht hier, der Typ. Ach doch, er hat ja meine auch gesehen, ne? Ja, Mist ich, ja, Mist ich, ja, Mist ich. Eigentlich müsste ich das... Da komme ich nicht her, ne? Mann. Ach, das ist doch alles doof. Das ist richtig doof. Mann. Ich brauche ein paar mehr Spieler. Ja, sicher. Ganz bestimmt. Na, herzlichen Glückstrumpf. Ist das jetzt? Ja, wie viele Versuche. Gibt es eben denn noch, Nafel? Weil irgendwann muss auch mal das Glück aufgebraucht sein. Meine. Aber mit ein bisschen Glück reicht das nicht mehr, ne? Ne, da kommt der gar nicht mehr rein. Boah, ich hätte auch so gekotzt, wenn das jetzt noch ein 1-0 verloren gewesen wäre. Da hätte ich so gekotzt. Das wäre es auch nicht verdient gewesen. Das wäre es auch nicht verdient gewesen, also ich finde, das ist ein gutes Ergebnis, haben wir entschieden. Kann ich letztendlich sogar mit zufrieden sein. Obwohl ich hätte ein bisschen mehr Glück gebraucht, dann hätte ich das 1-0 gemacht. Aber hat er dann noch mal gut verteidigt am Ende. Ohnehin sehr gut gespielt, muss ich sagen. Aber ich habe ein paar eklige Verletzungen. Es bleibt bei Karo. Hier ist echt nicht viel drin mehr. Ein Frust. Hotel Würfelpaar. Boah, wenn die Ballübergabe geklappt hätte. Dann hätte ich das am Ende noch verloren. So, kriegen wir beide einen Punkt. Oh, er hatte auch mal eins geil. Ich bin begeistert. Der geht mir jetzt auch noch kaputt, pass mal auf. Uhu, knapp. Ja, das waren echt ein paar fiese Verletzungen. Nörgelbeast kommt das nächste Mal wieder. Schulterverletzungen am Lineman. Kopfverletzungen am Schweller. Ganz fies. Ja, okay. Aber ich kann mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden sein. Das Spiel hätte ich nämlich auch locker verlieren können. Anstrengend war das. Was? Nur vier SSP? Ich werde verrückt. Man wird nicht beschenkt im Bloodball. Oh, er hat schon einiges an SSP hier. Meine Güte. Der wird richtig eklig. Wer kriegt jetzt noch Klaue dann? Ist ja ganz übel drauf, der Tier. Mensch, salty. Okay. So. Ja. Unentschieden. Mehr war heute nicht drin. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Töck Smile. Do we? Wir sehen uns beim nächsten Mal.